Gefüllte, gebackene Zucchini. Wir halbieren unsere Zucchini und holen das Zucchini-Fleisch mit einem Löffel raus. Braten Frühlingswiebeln in etwas Öl an, ergänzen Champignon sowie Thymian, rösten es kurz an, geben das Zucchini-Fleisch, Tomaten, Quinoa, Gemüsebrühe, Pfeffer und Ahornsirup dazu. Das wird jetzt für etwa 20 Minuten aufgekocht, befüllen unsere Zucchini damit, geben veganen Streukäse darüber und backen sie bei 220 Grad für etwa 20 Minuten. Und fertig ist unser veganes Wunder. Bis zum nächsten Mal.